Musik Design ist natürlich auch immer Überzeugungsarbeit. Wir erfinden ja die Marke neu. Wir generieren ein neues Image von Volkswagen. Neue Produkte, die es vorher nie gegeben hat. Das ist ja das Tolle, dass ganz viele verschiedene Ansichten, ganz viele verschiedene Talente eben zusammenfinden, sich aneinander reiben und so zur besten Lösung kommen. Das ist in jedem Fall immer ein Feuerwerk der Kreativität. Wir beschäftigen uns halt sehr viel mit Datenmodellen, mit Zeichnungen. Das ist halt unser Ausdrucksmittel. Beim ID ist es uns gelungen, sehr einzigartige Proportionen zu generieren. Das ist eigentlich das Entscheidende. Stehen die Proportionen? Hat man Originalität geschaffen? Dann ist es möglich, ein sehr, sehr klares, puristisches, extrem modernes Design zu machen. Sophisticated Simplicity. Jede kleine Schraube, jedes Detail, jeden Winkel, Externe, Interne, auf der Materialseite. Wir haben wirklich alles Neue machen dürfen. Das ist eine große Herausforderung gewesen und ein ganz, ganz tolles Projekt. Shelley BrendenДаeligung. Musik 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 Musik